Herzlich Willkommen zur ersten News-Ausgabe im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und freut euch auf ein neues Jahr mit unserem Lieblings-Hobby. So, nun aber zu den Neuigkeiten. Charlotte Flair erfolgreich operiert. Im letzten Jahr hatte sich Charlotte Flair in einem Match gegen Asuka das Kreuzband, den Meniskus und auch das Innenband gerissen. Dies bedeutet mindestens ein neunmonatiges Aus der Wrestlerin. Mittlerweile wurde sie erfolgreich operiert, hat aber emotional noch viel mit diesem Rückschritt zu kämpfen. Wie sie auf Axe, ehemals Twitter, aber schrieb, versucht sie positiv in die Zukunft zu schauen. Sie bedankte sich ebenfalls bei ihrer Familie und ihren Freunden für den Zusammenhalt. Sie schrieb auch, dass sie die meiste Zeit ihrer Karriere hier war und dieses Jahr war anders als sonst und sie bei Live-Events jede Umarmung, jedes High-Five und jeden Fistbump sehr schätzte und sich das erste Mal in ihrer Karriere so richtig wohl fühlte. Das Team von Champion Talk wünscht gute Genesung. AEW. Kota Ibushi muss pausieren. Weiter geht's mit Verletzungen, denn auch Kota Ibushi muss sich unters Messer legen. Wie der AEW-Superstar über Axe, ehemals Twitter, verkündete, wird er am Knöchel operiert werden müssen. Diese Verletzung plagt ihn schon seit längerem, aber nach dem Match gegen Naomichi Marufuji bei NOAH The New Year am 2. Januar verschlimmerte sich die Verletzung. Nun kommt er um eine Operation leider nicht mehr herum und entschuldigte sich über Axe für seine Leistung bei der Veranstaltung. Auch hier wünschen wir gute Genesung. AEW. Jericho unschuldig. Vor ein paar Tagen bezeichnete Nick Houseman Chris Jericho in seinem Podcast mit dem Namen House of Wrestling als den Harvey Weinstein des Wrestlings. Er unterstellte dem AEW-Superstar, dass dieser auch einige Leichen im Keller hätte und sogar seine Opfer mit NDAs ruhig zu stellen versuchte. Bei NDAs oder besser Non-Disclosal Agreements handelt es sich um Geheimhaltungsvereinbarungen. Diese Anschuldigungen hatten den Effekt, dass das Ex-Profil Y2Js nach Anzeichen durchstöbert wurde, die diese Behauptungen untermauern würden. Das Ganze wurde von einem großen Shitstorm begleitet. Nun rudert der Podcaster etwas zurück und gibt an, dass man seine Kommentare aus dem Zusammenhang gezogen habe. Was er in seinem Podcast über Jericho sagte, das soll nichts weiter als seine eigene Meinung gewesen sein und nichts weiter. So nach dem Motto, das ist bestimmt nicht so, aber bei jemandem wie Jericho könne er es sich gut vorstellen. Tja und wie das nochmal so ist, wer suchet, der findet. Denn leider führte die Suche von Fans tatsächlich zu einem Post aus dem Jahr 2020, welche die Aussage zu Jerichos vermeintlichen Verfehlungen untermauern. Dieser stammte von einem Fan namens Tori, welche ihren eigenen Post von damals bereut. Sie selbst bezeichnet ihren Kommentar von damals als Spekulation, wo sie sich fragte, ob sich junge Frauen auch trauen würden, gegen Y2J sich zu erklären. Ob und wie diese Anschuldigungen sich nun negativ auf Chris Jericho auswirken, ist nicht bekannt. Er war zumindest bei den letzten Tapings von AEW anwesend, wurde aber nicht eingesetzt. Hoffen wir, dass diese haltlosen Beschuldigungen gegen ihn nicht an ihm haften bleiben. Bei der vergangenen Smackdown-Ausgabe kam es zum überraschenden Comeback der Authors of Pain. Sie kamen jedoch nicht allein, sondern hatten auch Paul Ellering wieder mit dabei. Akim und Razor wurden 2020 von der WWE entlassen. Seither bestritten sie auch kein einziges Match mehr. Nun sind sie aber wieder da, zumindest on-air. Denn das Tag Team soll Informationen zur Folge schon seit 2022 wieder bei der WWE unter Vertrag stehen, aber seither nicht eingesetzt worden sein. Wie es aussieht, werden sie wohl ein neues Stable mit Carrion Cross und Scarlet formieren. So, und da sind wir auch schon bei den Ratings. AEW Dynamite. Die erste Show von AEW im neuen Jahr lockte durchschnittlich 0,81 Millionen Fans vor die Bildschirme, was ca. 42.000 weniger sind als noch in der letzten Dynamite-Ausgabe aus 2023. AEW Collision. Die bisher letzte Ausgabe von Collision fand einen Tag vor Heiligabend statt und erzielte eine Quote von 489.000 Zuschauern. Dies bedeutete eine kleine Steigerung von 32.000. WWE. Friday Night Smackdown. Die letzte Ausgabe von Smackdown erschien am 29. Dezember und konnte 1,335 Millionen Interessierte vor die Flimmerkiste locken. Dies ist zwar ein Verlust von 773.000 Zuschauern im Vergleich zur Sendung davor, aber wenn man bedenkt, dass es sich hierbei um eine Best-of-Show handelte, ist das ein gar nicht so schlechtes Ergebnis. Dementsprechend ist zu erwarten, dass die erste Show im neuen Jahr eine enorme und damit wenig aussagekräftige Steigerung erfahren wird. Apropos Best-of. WWE. Monday Night Raw. Die als Day One bezeichnete Ausgabe von Monday Night Raw vom 1. Januar kam auf eine durchschnittliche Einschaltquote von 1,751 Millionen Fans. Dies ist eine Steigerung von 1.053.000 Zuschauern im Vergleich zur letzten Ausgabe im Jahr 2023. Doch von der Zahl sollte man sich halt eben nicht beirren lassen, denn wie schon erwähnt war die letzte Ausgabe von Raw eine Best-of-2023-Ausgabe und die ist allgemein immer schlechter als reguläre Episoden. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Wie immer hoffe ich, ihr hatte viel Spaß mit dieser Ausgabe. Vergesst nicht das Video zu bewerten, am besten mit einem Daumen nach oben und falls noch nicht geschehen, ein Abo dazulassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017